Samsung hat eine eigene KI für ihre Smartphones, nämlich Galaxy AI. Die Galaxy AI unterstützt uns in vielen Sachen am Smartphone, unter anderem auch bei der Nachbearbeitung von Bildern. So kann ich ganz schnell leicht etwas wegretuschieren lassen oder auch am Bild verschieben. Wie es geht, seht ihr jetzt. Hallo und schön, dass ihr bei uns reinschaut bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und ich zeige euch heute, wie ihr auf eurem Samsung Galaxy Smartphone Bilder mit der künstlichen Intelligenz von Samsung richtig cool nachbearbeiten könnt. Samsung hat eben für viele Sachen auf dem Smartphone eine eigene KI, eine eigene künstliche Intelligenz. Die wird im Moment auf alle höherwertigen Samsung Smartphones ausgeliefert, wie zum Beispiel hier mein Samsung Galaxy S24. Auch ältere Modelle der S-Reihe sollen die künstliche Intelligenz mit Updates bekommen und auch die höherwertigen der A-Klasse. Ja und was will ich machen? Ich habe hier ein Bild und ich habe mein S24 mit Kabel an meinem Laptop hier verbunden. Dann kann ich euch das Bild auch schön hier demonstrieren und zeigen. Und ich habe in der Galerie, in der Samsung Galerie, habe ich mir schon mal ein Bild ausgesucht. Ich öffne mal die Galerie und ich habe hier das Bild von der Mauer im Hintergrund und dem Turm. Und ich will diesen Turm weg haben, weg retuschieren. Das könnte natürlich auch eine Person auf dem Foto sein, die ich nicht drauf haben will. Vielleicht eine Gruppe, die da gerade durchgeht oder ein Verkehrszeichen, das da störend ist. Also viele Elemente und das funktioniert wirklich mit vielen Sachen sehr, sehr gut. Ja, wie gehe ich vor? Ich habe das Ganze geöffnet in der Samsung Galerie. Okay, ich gehe hier unten auf diesen kleinen Stift, gleich neben dem Herzchen, neben den Favoriten, zum Bearbeiten. Und jetzt ist wichtig, ihr habt, wenn ihr die Samsung Galaxy AI habt, also die künstliche Intelligenz, dann findet ihr hier noch einen zusätzlichen Knopf. Nehme ich jetzt hier bei mir auf der linken Seite diese weißen Sternchen in diesem blauen, blau-türkisen Button. Und das ist die künstliche Intelligenz. Da tippt ihr drauf. Und ihr seht, dann ändert sich das ein bisschen. Ja, und jetzt könnt ihr hier zwei Dinge machen. Nämlich ihr könnt das Bild gerade rücken oder drehen. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Und ich möchte jetzt hier diesen Turm verschwinden lassen. Und da geht ihr einfach mittendrauf auf diesen Turm und tippt einfach länger drauf. Einfach länger drauf getippt halten. Und ihr seht, jetzt wird er so hervorgehoben. Und die künstliche Intelligenz erkennt erstaunlich gut diese Elemente von selbst. Also wenn da eine Person steht oder wenn da so ein Verkehrszeichen ist oder irgendein großer Felsblock, der mir im Weg ist. Einfach größer, länger, einfach länger drauf tippen. Und dann wird der automatisch markiert. So, und jetzt müsst ihr sagen, was ihr damit machen möchtet. Ich will den weg haben. Dann geht ihr hier oben, ich zoome mal näher ran. Habt ihr zwei Symbole. Und da geht ihr auf das rechte, diesen Radierer. Dann wird das nämlich einfach weggelöscht. So, das tippe ich an. Und ihr seht, der ist jetzt hier gelöscht worden. Allerdings fehlt jetzt natürlich auf dem Bild was. Und jetzt geht ihr dazu einfach auf Erstellen. Tippt Erstellen an. Und jetzt berechnet die KI die fehlenden Bildelemente. Und baut sie mir automatisch ein. So, wir warten kurz. Und schon ist das Bild fertig. Und wenn ich hier mal näher ran zoome, dann seht ihr, ist der Turm jetzt verschwunden. So, um das Ganze fertig zu machen, das mache ich jetzt nicht. Müsste ich einfach hier nur noch mit OK bestätigen. Und könnte das Ganze dann als eine Kopie abspeichern. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe zurück und verwerfe das, was ich hier gemacht habe. Jetzt bin ich hier wieder in dem drin. Und ich möchte euch noch eine zweite Möglichkeit zeigen. Denn ihr könnt das Ganze nämlich auch verschieben. Bevor ich jetzt aber das mache, möchte ich euch noch einen weiteren Tipp geben. Denn wie ihr alles aus eurem Smartphone rausholt. Und wie ihr wisst eigentlich, was das alles kann. Ja, das findet ihr alles in unseren Büchern passend zu deinem Smartphone. Gehe auf bildnerverlag.de. Gib oben in die Suchleiste den Namen deines Smartphones ein. Und dann findest du passend das Buch dazu. So wie hier für meinen Samsung Galaxy S24. Übrigens, wenn ihr auf den älteren S-Reihe Smartphones das neueste Update drauf habt, dann ist dieses Buch genauso auch für das S22 und S23 geeignet. Und die alten Hasen kennen es. Ihr könnt natürlich auch ein Buch gewinnen. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter einem unserer Videos da lassen. Und schon seid ihr bei der wöchentlichen Gewinnspielziehung mit dabei. Ja, aber jetzt zurück. Ich will euch noch zeigen, wie wir diesen Turm verschieben. Ich bin immer noch im Bearbeiten. Ich tippe hier wieder auf meine Künstliche Intelligenz, KI. Wie vorher gehe ich wieder auf den Turm, tippe etwas länger auf den Turm, bis er so hervorgehoben wird. Und jetzt könnt ihr drauf gehen und dann einfach mit eurem Finger drauf tippen und verschieben an eine neue Stelle. Jetzt rutsche ich den einfach ein bisschen nach links rüber. Und wenn das passt, ihr seht, jetzt ist er hier ausgeschnitten und fehlt hier. Jetzt tippt ihr einfach auf Erstellen. Ja, und jetzt wird das Bild entsprechend neu berechnet und an die gegenwärtige Situation angepasst. Ja, jetzt seht ihr, ist der Turm viel weiter links, als er vorher gestanden hat. Wenn ihr euch fragt, wozu ist das gut? Ja, da gibt es sicherlich einige lustige Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich nicht so sportlich bin und lasse mich fotografieren, wie ich gerade irgendwie hochspringe, dann könnte ich mich da zum Beispiel nehmen und im Bild einfach noch ein bisschen höher setzen, als ich normalerweise sowieso springen könnte. Also, da kann man sicherlich bei vielen Sachen noch ein bisschen nacharbeiten. Oder zum Beispiel, ihr habt ein schönes Gruppenfoto und eine Person steht etwas abseits. Na, dann nehmt einfach die Person und zieht die ein bisschen näher an die Gruppe ran. Die KI macht das alles möglich, selbst für jemanden, der nicht mit Bildbearbeitung gut umgehen kann. Ja, was muss ich zum Abschluss noch machen? Kurz gezeigt, ich bestätige mit OK, wenn das Ganze so passt. Ihr könnt hier übrigens immer noch das Original einblenden. Also Original, meine Veränderung. Ihr seht, wie der Turm springt. Dann mit OK bestätigen und hier oben als Kopie speichern. Dann wird euer Original nicht überschrieben, sondern es wird eine Kopie davon angelegt. Und ich bin jetzt hier wieder bei meinem Originalbild. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Habt ihr Fragen dazu? Ab damit in die Kommentare. Ja, und KI kann noch viel mehr. Ich habe euch ja vorher gesagt, dass ich damit auch die Bilder deutlich besser gerade stellen lassen kann, wenn ich schiefe Elemente habe. Das habe ich auch in einem Video gezeigt, das ich euch hier gleich mal einblende. Schaut es euch an. Ja, vergesst nicht uns zu abonnieren. Wir sehen uns wieder hier bei BILDNER TV. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.